Beweiter N.W. ist viel zu fröhlich für den Moment. Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen. Na, Zuschauer, bitte was? Bei der nächsten Nachfrage von Morgeco Castle, ihr 93 Jove. Im letzten Teil hatte ich mit FPS-Anbrüchen zu kämpfen, genauso wie gerade eben. Beste wohl auf hier. Die liebe Yonaka, die wollte nach Hause fahren mit dem Zug und jetzt ist sie hier angekommen in Morgeco, wo ein Haufen sprechender kleiner gelben Katzen sich an ihr vergreifen wollten. Was? So. Hölle, ist das Blut. Das ist Blut. Äh, Blut? Es hieß ja, dieses Spiel ist für Leute ab 18 Jahren oder höher gedacht. Das ist ja something over there. Es ist ein Killer-Morgeco. Oder Muego heißen die, oder? Ach, Entschuldigung. Es scheint tot zu sein. Aber er hat immer noch ein Lächeln auf den Backen. Oh, was haben wir da? Gott, bros Jutta. Ist das sowas wie ein Heiliggegenstand? Ich weiß es nicht. Oder kann ich damit was kochen? Mogeco Castle. Ja, da sind wir ja schon. Na du? Bist du reingefallen oder schwimmst du? Äh. 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 Ich bin weg. Lebst du noch? Äh. Okay. Abandon all hope. Je wo enter here. Ich soll alle Hoffnung aufgeben? Wieso? Weil ich nie wieder rauskomme, oder was? Äh. Äh. Morgatan ist der Beste. Morgiki. Ich bin mir ernsthaft nicht mehr sicher, ob diese gelben Katzen freundlich sind. Die werden ja dargestellt wie der große Bösewicht hier in dem Spiel. Jetzt ist die Zeit, um zurückzuhören. Äh. Ja, natürlich. Damit ich hier in euch reinlaufe. Weil ihr mich ja ver... Weil ihr mich ja verfolgt. Hä? Wie soll denn mit das an die... An den... An den Aufstieg an die Top 4 aus Pokémon spielen? Point of now return. Aha. You sure? Äh. Jo. Don't you remember? An was soll ich mich erinnern? War ich ja schon mal gewesen, oder was? Still haven't seen anyone yet. Lots of its statues, though. Oh, and some floating guys. Does anyone live in this castle? It feels really eerie. Hm. This is the entrance, right? Yonika cracked open the front door. And felt the wind being sucked inside. It was too dark to see much within. Hm. Go inside the castle. Go inside. Give up. Find another way. Hold on a sec. Ich glaube, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Wenn ich zurückgehe, da ist nix. Aufgeben will ich auch nicht. Wenn ich aufgehe, werden die mich wahrscheinlich überrennen. Also ich gehe einfach mal rein. Es heißt ja auch Mogeko Garza. Also muss wohl irgendwas in dem Schloss stattfinden. This is scary. But there is nowhere else. I think I have to try. Ähm. Was is this? Betray as passing? Na ja, du suchst nach Hilfe. Du willst dir ja nicht ausrauben, oder? Well, as long as I'm polite. Das ist richtig. Richtig. Ähm. Äh. Hallo? Panmii. Floor 1. Welcome to Mogeko Castle. Danke. Schön die Begrüßung. Danke. Floor Ebene 1. Wer ist das denn jetzt? Das ist in Erinnerung. Brother, warte. Jupp. Don't leave me behind. Hahaha. Sorry, Junika. Sorry. Jeez, you walk so fast. Well, once I get thinking, you know. Hmm, thinking again, huh? Yeah. I get so caught up in my thoughts, I can't see in front of me. Vielleicht auch wenn du so genau hast. That's worrying. That's alright, since I have you beside, beside me. Oh, now what are you saying? Hahaha. This is really sweetly, pup, ne? Ready to go? Yeah. Yeah. Schöne Erinnerung. Aber wieso jetzt? Weil sie sich verlassen fühlt und sie wünscht sich jemanden, der ihr hilft. Hm, 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 hm. Was ist ein wunderschönes Kastel? Was ist dieses Ort? Hm? Noch mehr Blut. Weine Güte, ist das groß. Was ist mit dieser Art? Ich hatte ein schlechtes Gefühl, aber könnte es das sein? Oh, oh. Huh? Hm, hm. Oh, nein. Ich dachte, ich würde jetzt jemanden reinkommen, aber nein, die Tür hat sich verschlossen. Ich bin in den Kasten. Magge. Hello there. Hm? Oh, no. Uh-oh. Welcome to Maggeko Castle. Gah! Good evening, dear Yanaka. Why do you know my name? My name does be Maggeko. I know everything about thee. Come, let us play. In a sexual sense. Was? No, 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 hey. Uh-uh. Hm, hm, hm. Vorsicht, sonst red ich hier zwischen die Beine. Magge. No! Maggetan, goes first! Huh? Hold on. Who goes first? Huh? Yanaka-tan's first time will be me! Huh? Say what? Beat it, Scrap! Shut up! Frick you! Oh? Thinks this is a game? I'll kill you! Oh yeah! Bring it on! You piece of shit! Oh, perfect. Bring it on! Gah! Die! Oh yeah! You dead meat! Poop! Poop! Mocha again! Mocha again! You want to die, punk? Kill you! Kill you! Kill you! Kill you! Also, weil sie sich nicht einigen können, wird es jetzt hier ein Free-for-All-Death-Match, he? Ja! Gotta slaughter, ja! Na gut. Wenn... 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6... Wenn 30 sich streiten, freut sich die eine Yonoka. Ich hab keinen FPS. Geht's jetzt letztlich los? Darf ich abhauen? Und ich weiß nicht, warum ich diese FPS-Einbrüche hab. Mocha! Alles klar? Los geht's! Let it rip! Wo ist die Yonoka-Dahan? Oh. Puh, gerade noch davon gekommen, hä? Hi, Frau Bipsch. Was soll ich tun? Well, ich will nicht hier sein, das ist sicher. Ich schaue einen Exit. Okay. Da haben wir nochmal Brusi-Jutta. Brusi-Jutta. Natürlich. Kann ich hier interagieren? Oh. Okay, zurückgehen ist keine Option. Continue. Danke. Okay, okay. Alles klar. Dankeschön. Wow, this place is big. No, never mind that. What am I going to do? This is really the last place I should have gone. I wasn't sure where to go. But there was no reason to... Ach, I'm so stupid. I'm just crying over it now. I just have to sneak out somehow. What am I doing? Hmm. Is this a dream? Can I wake up now? Of course, this would happen when I need to get home quickly. If I can even get home? The entrance is no good. Maybe there's somewhere else I can exit from. Let's save it. The West Hall. Aha. Oh. Brusi-Jutta. Atomate. Oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wofür auch immer. It feels like it's watching. Oh je. Ich hau ab. Brrrr. Hmm. Unseremlich bin ich hier im Lagerraum, hm? Shelfs of Tableware. Oh oh. Got seaweed and salt potato chips. Wie viele habe ich jetzt da vorne? Vier. Ich habe ganz viele, okay. A shopping list. Alfalfa, Timothy grass, Red Clover. A suicide note. Was? Ah, ah, Kram in der Hand. Ah, ah, oh. Hayfever has set me out of the will to live. Goodbye. Morgico. Das Hayfever. Was ist, wenn ich mit dem näher? Tötet er mich? Gott brusi-Jutta. A recipe for Pepero... Peperoni... Wieder was? Wie? Peperon... Peperonico. Nein. Peperon-Kino. Aha. Mysterious Shelfs, it is said only darkness lies within. Gott brusi-Jutta. Also ich kann ganz viel sammeln. Oder? Ich kann ganz viel sammeln. Aber wofür? If you put a ridiculous amount of red pepper in Peperon-Kino, is it really Peperon-Kino anymore? A graduated thesis by Masatori Suchiko. Senior at Shichimi University, College of Beaches. Was? Peper, 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 Peper. All the Peper in the world is mine. Warum auch immer. Hallo, du, kannst du mir helfen? Hallo, come get this clue off. I wanna die. Okay. Gut, der hat andere Sorgen. Der hat sich anscheinend festgeklebt. Äh... Oh, I see. Ich glaube, nach dem Spiel wird ich Katzen nie wieder mit den gleichen Augen sehen. It feels like it's watching. Suna Hammerson, ah. A cardboard box. Und... Prosecutor. Was ist das da? A cardboard box. Was ist das für ein Teil? Was ist das? Kann ich... Kann ich mir mich schieben? Kann ich das bewegen? Was ist das da? Das hat doch ein Gesicht. Schau mich an, red mit mir! Und wieso wieder das ganze Blut? Hä? Ist da irgendwie sowas wie ein Klonprojekt daneben gegangen? Oder weshalb gibt es hier so viele von diesen Morgukos? Hä? Kann das vielleicht sein? Ich gehe mal von... Ich gehe mal von unten. Da fange ich mal an. Wo komme ich hier raus? Ah, auf der anderen Seite. Okay. Prosecutor. Und die warten immer noch in der Mitte. Das weiß ich. Die warten nur drauf. Die denken sich, ich bin blöd, dass ich wieder drauf reinfalle. Nö, von wegen. Oh no. Ma, Kiki. Jana, Katan. Where are you? Hide. Katz-Bot-Box. Hide. There you are. Hä? Welche Taste muss ich drücken, um mich zu verstecken? Z. Ich glaube, ich muss Z drücken, oder? Hide. Okay. Ich will mich in der oberen Kiste verstecken. Okay, ich habe mich versteckt. Gut. Where are you? Endlich, das ist das Halb-Horror-Spiel. Where are you hiding, Yonika-tan? Don't be scared. Come out. Hm. If only hayfever hadn't messed up my nose, I couldn't find her right away. Oh well. If Margetan Trust uses this portable high school girl right there, ein Radarf, her high school Mädchen, sicher. Uh oh. It's broken. How? I used the trust yesterday. Are you kidding me? That's not fair. Why? I put so much work into it. I will not die on it. I will not die on it. FINE. I just destoys the whole castle. Find your cops among your records. die Musik ist viel zu fröhlich für den Moment. Der Kaster kann sich schnell gepackt und die Kompse sind gut! Jetzt soll ich meine Macht lösen. Lass mich raten. Pause. It's meal time! Vom Essensgon gerettet. Danke. Was für ein Wesen ist das? Eine geheime Kraft entfessen wollte er hier zum Super Saiyan schon werden. Ich bin weg. Not this way yet. Na, dank schon. Aber ich kann doch da jetzt nicht raus. Die sind doch jetzt zum Essen unterwegs. Jhonaka cracked die Tür öffnen und piert durch. Delis! 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 Mats! Mats! Na, Puskuto, dann live! Delis! Puskuto! Delis! Salmen so gut! Potato chips no more gay! Oh lord! Lord Puskuto! So verrückt ich, Max! Minestrianische Plan of God! Delsch! Mats! Tenshi! Tenshi! Nand soll interferen! Ja, alles klar, das passiert gerade im Nebenraum. Oh, da sind Zettel aufgetaucht. Von wo ich sterne hingekommen? Das ist ein Letter on the floor. To whoever should read this letter, by the time you read this I'm surely gone. This cast is dangerous. You must find some means of escape. If you cannot escape this place, you will never loot the morikos. They are persistent. Oddly, no matter where I hide, they always come right for me. Hide and hide and hide. They always find me soon enough. And I kill and kill them. But there's no end. They come one after another. This is no more than a hypothesis. But perhaps they are... It seems they're back again. And now it's futile, but they will run, while they can still move. I wanted to say final goodbye to my daughter. I'm sorry I failed as a father. I love you, Olivia. Papa. Okay. Also da war ein Vater hier? Aber die steht doch nur auf Highschool Mädchen, oder? Jetzt habe ich. Okay. 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 Ich bin interessiert zu sehen, wie sie aussieht. Yonaka's body was engulfed in darkness. What did I come for? Why am I here? Why am I here? Who am I? I? I, 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 I am, I am? Mogeko? Yonaka became one with the darkness of Mogeko castle. Bad End 1 Simulation Alles klar, das ist das Hey, 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 hey Abstand halten, Abstand, okay Was zur Hölle Mad Moricos Was zur Hölle, was zur Hölle, was zur Hölle Kein Wunder, dass hier niemand hinfährt Dieser Ort ist ja Verrückt wie sonst was Can't I really want to cry Wer redet da This way Ach, now I'm hearing things too I'm so doomed I'll hand you my help Hä? Come this way. Wer redet da? Das Voice came from that direction. Und wem diese Stimme gehört, meine Damen und Herren, das sehen wir in der nächsten Ausgabe von Mogiko Casted. Und ja, ich wollte gerade zu schnell dämmen. Zunächst mal. Diese Katzen. Oder sind es Katzen? Sind die nur Katzen ähnlich? Sind sie ihre eigene Rasse? Ich vermute irgendwie, dass es da wollte irgendjemand diese Wesen klonen, ja? Um sie als Arbeitskräfte zu verwenden oder was weiß ich. Und die sind sind jetzt außer Rand und Band und wollen die wollen Menschenfleisch. Oder nur Highschool Mädchenfleisch. Ich hab keine Ahnung. Das ist so verrückt und deshalb gefällt es mir so gut. Es ist einfach einfach abgedreht. Und ich versuche jetzt irgendwie einen Sinn dahinter zu finden, ob es überhaupt einen Sinn gibt, weiß ich nicht. Und das macht mir Spaß. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Mogiko Casted gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Vollsatzung. Bis dann, ihr 93-Jobo. I love the detail you. Tschüss. And goodbye. Bye. Bis zum nächsten Mal.